Eine Hüpfburg! Okay, mach's gut, Chloe. Du wirst uns fehlen. Ist dir egal, dann los. Thundermans zu den Abortz! Ihr müsst sehr stolz auf eure lieben Eltern sein. Sie werden von Metroburgs allerbesten Helden ausgezeichnet. Kuchenmann, Superwikinger, Pawsgirl. Pawsgirl? Ja, Pawsgirl. Es heißt, das sei die erste Show, an der sie teilnimmt. Hey, Supermanny, guck mal, wie ich hüpfe. Ich komme, Prinzessin. So ein Mist. Wenn wir nicht zu dieser Verleihung gehen, bekommen wir vielleicht nie wieder die Chance, Pawsgirl zu treffen. Ich hab grad dasselbe gedacht. Zu den Super-Awards! Was soll das sein? Ich hab auch die Superkraft, Kinder an der kurzen Leine zu halten. Mir ist bislang noch nie ein Kind davongelaufen. Tja, Billy läuft im Super-Tempo. Los, Billy! Au! Oder wir bleiben hier. Ich hab Hunger, Supermanny. Dann mach dich bereit für schmackhaftes Wetter. Großkorketten! Träume werden doch wahr! Billy, wir müssen zu Pawsgirl, weißt du... Wir müssen Pawsgirl finden, bevor Mom und Dad uns entdecken. Unsere Füße kleben am Boden. Das tun sie. In der Tat. Ihr seid wieder eingefangen. Tricky, oder? Billy! Nora! Ich bitte um Entschuldigung von der Eltern. Die beiden schlichen sich davon, aber ich verspreche, ich werde keines ihrer Kinder mehr verlieren. Du bist dran! Zu viel versprochen. Chloe? Chloe! Wir wissen, warum ihr euch rausgeschlichen habt und hergekommen seid. Ach ja? Ihr wolltet sehen, wie eure Eltern den Preis bekommen. Um ehrlich zu sein, dann hat es uns ein wenig getroffen, dass ihr Kinder heute Abend nicht dabei sein wolltet. Aber die Tatsache, dass ihr hier seid, bedeutet uns mehr als alle Preise, die wir bis jetzt haben. Sogar mehr als der Pizza-Nobelpreis. Thunderman, Electrice, Sie müssen auf die Bühne, wir fangen gleich an. Wisst ihr was? Kommt mit uns auf die Bühne. Guck mal, Nora. Diesen Leuten wurden Schnurrbärter angemalt. Pawsgirl ist hier irgendwo. Wir müssen sie finden. Nein, Billy, warte. Wir sind hier, um unsere Heldin zu treffen. Aber die wirklichen Helden sind Mr. und Mrs. Dödel da drüben. Willkommen zu den 75. jährlichen Super Awards. Wir beginnen mit der Ehrung zweier lebender Legenden. Ich bin stolz, den diesjährigen Platinum Cape Award für ihr Lebenswerk überreichen zu dürfen. an Thunderman und Electrice. Hier ist der Kind. Glückwunsch zum Award. Ich werde nie wieder für Sie babysitten. Er braucht eine Auszeit. So gern ich Pawsgirl auch getroffen hätte, das hier ist auch echt cool. Ja, das war definitiv die richtige Entscheidung. Trotzdem würde ich sie eines Tages gern mal treffen. Ja, wen interessiert schon? Belli, du hast einen Schnurrbart. Genau wie du. Pawsgirl! Den werde ich mir niemals abrasieren. Wenn ich mallasse, naari schon mal geschehen, bei dem